Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Und wir haben beim letzten Mal uns hier in der Stadt umgeguckt, haben mit einem Magier gesprochen, mit einem Krämer und jetzt geht es hier weiter zum Schaustellerwagen. Wir haben auch einiges hier in der Tasche. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Wuppermann! Oh, hier können wir eine Kristallkugel gucken. Eine Kristallkugel. Ob der Schausteller damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Bestimmt nicht. Eine Kristallkugel. Ja, das hatten wir ja schon. Hier haben wir noch ein Glücksrad. Auf dem Rad gibt es insgesamt 16 verschiedene Felder. Vier Farben und vier Symbole in jeder möglichen Kombination. Na, da kann man ja quasi nur verlieren. Die Chance auf das richtige Feld zu kommen steht 1 zu 16. Mein Gold würde ich darauf nicht wetten, wenn ich Gold hätte. Ja, okay, das hatten wir schon. Hier haben wir noch ein Käfig. Der Käfig ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge... Naja, was Tauben halt so hinterlassen. Ja, gut. Wir nehmen mal eine Taubenfeder mit. Ich nehme nur eine Feder. Eine große, unbeschmutzte. Nimm die mal mit. Hier haben wir noch einen leeren Käfig. Ein leerer Käfig, wie es scheint. Auf dem Schild steht... Siggi, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Bissig, bitte Abstand halten. Siggi geht es gut, denke ich. Okay, kann man hier noch was an dem Käfig? Sonst ist nichts Interessantes mehr im Käfig. Sofern ich nicht ein paar Fußballplätze düngen will. Ja, okay, das wollen wir jetzt nicht. Dann haben wir hier noch das haarige Etwas. Der Käfig ist total ausgefüllt mit dem Vieh. Ein Käfig mit Haaren? Hm, hier ist ein kleines Schildchen. Bertram, der dickste Hamster der Welt. Ui. Ui. Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Ja, definitiv. Und das ist doch der größte Wohnwagen, den ich je gesehen habe. Ui. Der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen. Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht, ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Ne, definitiv nicht. Gut, dann haben wir uns jetzt hier alles angeguckt. Dann reden wir mal mit dem Schausteller, was der zu vermelden hat. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Na nun, ein junger Gnom und auch nur mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohl ein junger Wilbur. Ich bin Frenzis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Erstaune mich. Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat. Aber ich bin auf jeden Fall einer. Franzis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch Franzis, den Erstaunlichen. Er lispelt ein bisschen. Aber meine kleine Jahrmark, die betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Warnager. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben? Nein. Als Wahrsager müssten Sie doch wissen, ob ich Sie ausrauben möchte, oder? Du gefällst mir. Natürlich weiß ich es. Ich glaube, nein, du willst mich nicht ausrauben. Aber was willst du dann? Ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden. Einen Haufen Gold? So, so. Hm. Ich habe so viel Gold hier. Aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Macht ja auch Sinn. Hm. Können Sie wirklich die Zufall nicht voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe Ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich Ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Wie stimmt. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen? Was hat es denn mit dem Käfig da? Was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hauptverhältnis. Der fette Hamster. Außer die Tauben natürlich. Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen. Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Ja, das ergibt Sinn. Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich, es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Wie das pulsiert. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich ähnlich. Er mag's gemütlich. Wie sollte er auch? Der arme Hamster. Das Eichhörnchen ist nicht nur unsichtbar, sondern auch ziemlich still, oder? Hm, vielleicht schläft es. Ja, vielleicht. Könnte natürlich sein. Sie, Sie sind sich sicher, dass da ein Eichhörnchen drin ist? Aber selbstverständlich. Es ist das einzige unsichtbare rosa Eichhörnchen in Gefangenschaft. Sie sind sehr selten. Das Eichhörnchen ist nicht nur unsichtbar. Hm, ja, Sie... Ach so viel, das hat man gerade alles. Würden Sie mir vielleicht meine Zukunft vorhersagen? Ich würde mich sehr freuen. Ich sehe, dass ich es kann. Wow. Aber ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Oh, wie großzügig. Ui, unheimlich. Dazu komm. Oh, jetzt. Was wird der Tag bringen? Ich sehe... Dunkelheit. Oh, oh. Der Tag wird damit enden. Hm. Das hätte ich auch vorhersagen können. Du wirst heute noch Glücksrad spielen. Und wenn du es tust, wirst du dich fragen, ob du es auch ohne meine Vorhersage getan hättest. Ja, wahrscheinlich. Möchtest du mehr wissen? Jo. Werde ich die Aufgaben meistern können, die vor mir liegen? Nein. Du solltest lieber aufgeben und nach Hause gehen. Aber... Aber dann hätte ich versagt. Jawohl, und ich hätte recht gehabt. Willst du sonst recht? Dann hätte ich versagt. Ja, und ich hätte recht gehabt. Wenn Sie in die Zukunft sehen können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Du... Also... Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Oh. Deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Trotzdem danke. Das war sehr... Interessant. Das war nichtssagend. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Na, aber ich will noch hier Glücksrad spielen. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich möchte ein U kaufen. Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. Ich nehme ein Q. Noch ein Q. Ein Batman-Symbol. Wie funktioniert das? Und noch ein Q. Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Brun, gelb, grün und blau. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird. Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold. Also gut. Das stimmt allerdings. Welche Farbe willst du? Äh, rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut. Los geht's. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Ja, sicher. Aber nur noch einmal. Gern. Welche Farbe willst du? Es wird ein gelbes Feld sein. Wir probieren einfach mal aus. Also gut. Los geht's. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Aber nur noch einmal. Gern. Welche Farbe willst du? Rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut. Los geht's. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Dann müsste aber jetzt ein rotes kommen. Aber nur noch einmal. Gern. Welche Farbe willst du? Ja, hier rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut. Los geht's. Gut. Wart mal. Grün. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut. Los geht's. Los. Grün. Sieht gut aus. Nein. Verdammt. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Aber nur noch. Gern. Welche Farbe? Los, wir nehmen. Nochmal grün. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut. Los geht's. Los geht's. Ah, das war leider völlig daneben. Okay, hm. Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern spät. Können wir mit den Tränken irgendwas beeinflussen? Oder haben wir auch keinen gelben Trank? Vielleicht kann der uns irgendwie die... Das vorhersagen. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ne, verdammt. Ich geh dann mal. Okay, ich hab keine Ahnung, wie wir hier... Ich hab'n sehend, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Ja, natürlich kommen wir wieder. Aber was machen wir jetzt so? Ich kann die Kugel nicht einfach mitnehmen. Der Schausteller würde bemerken, dass sie nicht mehr an ihrem Platz steht. Okay, können wir dem irgendwas geben? Wie soll ich das machen, ohne dass... Können wir irgendwie was manipulieren? Äh, das nicht. Das brauchen wir. Nein, damit auch nicht. Eine Fiole mit einem roten Trank. Ich habe keinen Schimmer, was er bewirkt. Ein blauer Trank in einer kleinen Fiole. Keine Ahnung, was er bewirkt. Ein grüner Trank. Ich habe keinen... Ja, okay. Das dachte ich mir jetzt fast. Ich soll einen Trank trinken, von dem ich nicht weiß, was er tut? Andererseits... Was soll schon passieren? Hm. Nichts. Okay. Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Wir probieren das einfach mal aus. Wenn man die jetzt nicht einsetzen sollte, könnte man sie auch nicht nehmen. Seltsam. Wieder nichts. Doch, Moment. Alles dreht sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Hoffentlich nicht. Ich darf noch kein Alkohol trinken. Hm. Geht wieder. Interessant. Ich trinke aber nur einen winzigen Schluck, falls es wieder Alkohol ist. Hey. Alles wird größer. Endlich mal ein sinnvoller Trank. Okay. Es ist nicht mehr viel Weltvergrößerungstrank da. Ich sollte ihn nur benutzen, wenn ich ihn wirklich brauche. Okay. Weltvergrößerungstrank. Die anderen hatten keinen so wirklichen... Zweck. Ich weiß noch nicht, ob wir hier am Glücksrad wirklich jetzt irgendwas hier winnen können. Können wir erst mal zurückdackeln. Und gucken, was wir sonst noch so tun können. Der fette Hamster. Bertram. Können wir den zum Wachsen bringen? Ach nee, das ist ja ein Schrumpftrank. Lass uns doch mal auf die Landkarte schauen. Hier kommen wir noch nicht hin. Wir kommen da hin und dorthin. Da noch nicht. Also hier Oberstadt und Böser Sumpf auch noch nicht. Schauen wir mal hier rein. Vielleicht kommen wir mit dem Trank in die Kanalisation. Irgendwo dort in der Kanalisation. Aber ich bin viel zu... Ah, na also. Also schön. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu... Okay, dann brauchen wir noch einen Schluck. Die Welt ist noch nicht groß genug. Also ein weiterer Schluck. Und hopps. Hm, nichts. Dieser Trank scheint die Welt nur auf eine bestimmte Größe... Ich bin beinahe klein genug. Aber was machen wir denn jetzt? Na verdammt. Ich bin beinahe... Hm. Okay, hier oben werden wir wieder groß. Und spektakulär. Dann reden wir noch mal mit dem. Hallo, Herr Krem. Ach, du. Ich. Also. Hm. Ich habe versucht, in die Kanalisation zu kommen. Aber ich bin zu groß. Das hast du bestimmt noch nicht oft sagen müssen, oder? Der war fies. Ich hätte da was für dich. Das ist ein Schrumpfring. Er lässt seinen Träger schrumpfen. Sehr gut. Das könnte helfen. Danke. Wie danke? Erstmal bezahlen. Ach, wissen Sie. Behalten Sie ruhig den Ring. Ich kann ja nach einer anderen Möglichkeit... In den nächsten Tagen oder Wochen wird mir schon etwas einfallen. Und bis dahin werden Sie mit dem König der Diebe schon klarkommen, oder? Bestimmt. Hm. Also schön. Hier. Aber jetzt erledige den Nager. Sehr gut. Ich muss weiter, wenn es sein muss. Ah, los. Ab hier, dahin. Sieht auch sehr einladend aus. Mal sehen, ob er funktioniert. Das ist ja ekelerregend. Hm. Aber immerhin bin ich geschrumpft. Ja. Na, du hättest jetzt aber ruhig. Dann trink erst mal davon einen Schluck. Achso, der Trank macht ja nur eine bestimmte Größe. Darum müssen wir den zuerst nehmen. Weil wenn wir schon so klein sind, dann schrumpfen wir durch den Trank nicht noch weiter. So. Hoffentlich wachse ich nicht, solange ich in der Kanalisation bin. Also los. Wenn nicht, haben wir, wir haben doch noch Trank. Uff. Der Geruch ist nicht gerade anregend. Ich frage mich, wo diese... Bis hierher und nicht weiter. Wer bist du? Und was willst du? Hm. Äh. Was sind wir denn? Sind wir hier einer der Muskeltiere? Oder beleidigen wir ihn? Oder... Mein Name ist Wilbur Wetterquart. Nee, das sag mal, wer wir sind. Ich bin ein mächtiger Magier. Bald. Na schön, Wilbur. Und wie kann ich dir helfen? Hm. Ich habe gesehen, wie Sie dem Krämer draußen entkommen sind. Das war sehr beeindruckend. Danke. Ich glaube allerdings, der Krämer sieht das anders. Ja, ist so. Mir kamen Sie vor wie ein echter Held. Dabei... Dabei sind Sie nichts weiter als ein Dieb. Das ist unbestreitbar. Ich habe den Krämer bestohlen. Schon viele Male. Und ich werde es wieder tun. Warum tun Sie das? Warum stehlen Sie? Vielleicht bin ich einfach raffgierig. Sieh dich um. Ich liebe den Luxus. Oh ja, jetzt wo es sagt. Das glaube ich nicht. Wenn ich dir sage, dass ich für meine Familie und meine Freunde sorgen muss. Dass für uns Ratten nicht genug Nahrung übrig ist, seit die Bewohner geflohen sind. Würde das etwas ändern? Nein. Dann wäre ich immer noch ein Dieb. Aber ein sympathischerer. Hm. Aber müssen Sie denn stehlen? Können Sie nicht irgendwie anders an Nahrung kommen? Wie denn? Sollen wir hier unten Getreide anbauen und dann Brot backen? Wir sind Ratten. Wir haben nicht mal vernünftige Daumen. Ihr könntet raus aus der Stadt. Im Wald und auf den Feldern wächst genug Essbares. Ich würde ja gehen. Aber wie soll ich die anderen dort hinbringen? Einige sind so schwach, dass sie schon auf allen vielen laufen. Oh mein Gott, nein. Ich kann niemanden zurücklassen. Die armen Ratten. Wer außer Ihnen lebt denn sonst noch hier unten? Oh. Jede Menge interessanter Leute. Meine Familie und auch die anderen übrig gebliebenen Rattenfamilien natürlich. Erst kürzlich ist Onkel Alfredo zu uns gestoßen. Er hatte vorher ein gutes Leben in einer Zwergelbastion. Doch dann ist ein wild gewordener Roboter auf ihn losgegangen. Ups. Oh. Wie. Schrecklich. Der Arme wacht immer noch schreiend aus dem Schlaf auf. Hm. Außer uns Ratten gibt es noch einige Schleimmonster, Riesenspinnen und ein paar Skelette und den ganzen Kram, den junge Abenteurer in der Kanalisation erwarten. Kommen viele Leute hier runter zu Ihnen? In letzter Zeit nicht mehr. Früher, als oben in der Stadt noch etwas los war. Da kamen ständig irgendwelche Abenteurer mit den selbstarmsten Aufgaben hier runter. Es war fast, als stünde oben jemand, der die Neuankömmlinge reihenweise nach unten in die Kanalisation geschickt hat. Verrückt. Jo. Ich habe einen Auftrag vom Krämer bekommen. Ich soll sie unschädlich machen. Ja? Was gibt dir der alte Geizkragen dafür? Nun, ich darf mir dafür drei Sachen aus seinem Angebot aussuchen. Das heißt, du jagst mich aus persönlicher Gewinnsucht? Du bist ein Kopfgeldjäger, Wilbur Wetterquatsch. Das kann man so nicht sagen. Nein. Nein. Ich bin auf wichtiger Mission unterwegs. Und dafür brauche ich Hilfe vom Krämer. Du solltest dir deine Freunde besser auswählen, Wilbur. Ich werde mich zumindest nicht gefangen nehmen lassen, nur damit der Krämer seine Rache hat. Aber ich muss dem Krämer ihre Maske bringen. Ohne die Maske wird er mir nicht helfen. Jo. Und dann werde ich nicht in der Zaubererschule aufgenommen. Und dann werde ich kein mächtiger Magier. Und dann kann ich nicht zum Erzmagier. Und dann kann ich ihm den Ring nicht geben und habe versagt. Ziemlich kompliziert, oder? Ja. Sie müssten mal meinen Questlog sehen. Auf jeden Fall soll ich sie ausschalten und dem Krämer ihre Maske geben. Oh, so ein Scheiß. Willst du mich denn töten? Nein. Könntest du mich denn töten? Wohl auch nicht. Dann solltest du dir etwas anderes einfallen lassen. Mhm. Aber wenn ich euch genug Nahrung besorge, sodass ihr euch einmal richtig satt essen könnt, könntet ihr dann nicht alle die Stadt verlassen? Sicher? Aber wo willst du so viel Essen finden? Willst du es stehlen? Ist es denn Diebstahl, wenn man für eine hungernde Rattenfamilie etwas Brot nimmt? Ja. Allerdings würden wir dir das niemals vergessen. Wir Ratten können helfen, weißt du? Wie könnt ihr mir helfen? Wenn du Zauberer werden willst, hast du noch eine Menge Arbeit vor dir. Und du würdest dich wundern, was man hier in der Kanalisation alles finden kann. Wir können dir vieles besorgen, was du sonst nirgendwo findest. Ein Zauberstab. Würdet ihr das tun? Ein Schnappbeinbezweifliche und... Das ist der Deal. Du besorgst uns etwas Essbares. Nicht zu knapp. Und dafür helfen wir dir, Magier zu werden. Ich bräuchte aber trotzdem noch ihre Maske. Na gut. Wenn es sein muss, werde ich dir auch meine Maske geben. Aber erstmal musst du uns die versprochene Nahrung bringen. Kein Problem. Hoffe ich. Okay. Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Hehe. Okay. Jetzt können wir rausgehen. Und wir sind auch wieder groß. Und jetzt haben wir genug erfahren. Die Folge geht auch schon ein bisschen länger. Und leider muss ich jetzt auch aufhören aufzunehmen. Es ist nämlich schon spät. Und ich muss noch rendern. Und ich muss auch noch Borderlands aufnehmen. Weil es ist Sonntag. Und dann kommt am Montag Borderlands. Und das muss ich jetzt auch noch machen. Und ich würde so gerne weiterspielen. Aber es geht nicht. Weil noch andere Sachen auf mich warten. Ich bedanke mich trotz allem bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr hattet Spaß an der Folge. Wünsche euch noch was. Und sage an der Stelle wie üblich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020